Okay, die letzten, hallo. Wir haben hier zwei Schwestern aus einem Ort namens Crummer Runner Ranch. Crummer Runner Ranch. Crummer Rum Drone. Well today I started loving you again. Das war gar nicht so grauenvoll. Lesen Sie das mal, ja? Sänger und Tänzer für Vietnam gesucht. Was soll ich damit? Sie brauchen einen Job, oder? Wir bieten Ihnen einen an. Ihr seid schwarz und ihr singt Country und Western Music. Das passt einfach nicht. Und was denken Sie, was wir singen sollten? Wenn ihr vor den Brüdern in Vietnam auftreten wollt, dann müsst ihr ihnen Soul geben. Was versteht denn ein durchgeknallter Weißer von Soul Music? Mein Blut jahnt schwarz durch meine Adern. Könnt ihr es irgendwie schwer zerklingen lassen? Wie war Ihr Name gleich? Wir sind The Sapphires. Wir sehen uns in Saigon. One, two, three. Okay, Vietnam. One, two, three. Wir kommen. Wenn ihr heute Abend nicht in den Saal zu kochen bringt, dann sitzt ihr morgen früh im ersten Flugzeugzeug nach Austria. Australien? Bei Soul Music geht es um Verlust. Also sollte jede Note, die über eure Lippen kommt, den Ton einer Frau haben, die zupackt und verzweifelt und kraftvoll darum kämpft, sich zurückzuholen, was ihr weggenommen wollt. Was es ist, wonach ihr so, liegt ganz bei euch. Rattles, singt mal was. Irgendwas. Es geht nur um die Schultern. Die gehören mir gar nicht. Die gehören der Musik. Die gehören der Musik. Die gehören der Musik. Noch mal Platz, Aretha. Packt eure Taschen, Supreme. Es sind ein paar neue Kids in der Stadt. The Zippers! Du sagst, ich bin weiß, ich kann nicht tanzen, ja? Stimmt. Also das ist einfach rassistisch. Du bist eine Rassistin. Ausgerechnet du.